Wer da mitgehen möchte, kann das tun. Also wenn man das jetzt so runter bricht, also jetzt ein Vortrag von heute Abend, Angst, Essen, Freiheit auf, Propaganda war ja das Thema, Gehirnwäsche, Manipulation, Konditionierung, dass du halt einfach den Menschen gezeigt hast, wie wir, ich breche es jetzt mal ganz runter, benenne es jetzt wirklich ganz perfide, wie wir tatsächlich verarscht werden. Wir haben Angst vor Ausschluss und wenn man weiß, wie man das bedienen kann, kann man die Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die sie niemals tun würden, ohne die Drohung aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Es geht um die Organisation von G-Volkschaft.